Let's Play Games ARK Ja, hallo mein lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play ARK Mit mir, dem Darkie, dem Priest, dem Darkie Priest So, ja, in der letzten Folge bin ich ja leider, 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 leider gestorben Und da muss ich jetzt sagen, äh, scheiß Mittenplage Ja, und ich habe, äh, ja, wie ihr seht, gar keine Rüstung und nichts Ich muss mich mal eben neu ausrüsten gehen und dann würde ich mir sagen, äh, würde ich mir sagen Ja, mir sag ich's und euch sag ich's auch Äh, wir gehen dann mal eben noch einen... Einen zweiten Dilo Dilo Themen Weil... Ja Immer einen guten Dilo So, jetzt weiß ich bloß nicht, wo hatte ich denn die ganzen... Ah, hier ist Hyde, ne? Ach, das ganze Hyde hatte ich bei dem anderen drin Hunter Head Kann ich das jetzt hier so... Hä? Kann ich das nicht anlegen? Schwein! Na gut, ich mach was anders Hier Hyde rein Jetzt bastel ich mir halt eben ein paar Hosen 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 Habe ich denn schon hier... Was hat Stor... Ähm... Wenn wir haben ein Hat Boots Gloves Also zuerst mal Pants Ach, die kosten ja nur Fiber Ja, okay Ja, warte mal, ich hab ja hier 22 Kann ich da nicht gleich irgendwelche... Leder... Lederklamotten hier Hyde Pants 9 Hyde Shirt 6 9, 6 Sind 15 15 Und Schuhe Schuhe... Schuhe... Haben wir mal auf jeden Fall mal die... Engram... Und die... Engram... Was haben wir noch? 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 Clothes Head Ich nehme mich hier lang rum Wooden Pillar Dinosaur Gate Dinosaur Gate Gateway Gate Mhmm Okay Ne, das brauche ich euch weniger... Bin ich jetzt blind? Bitte nicht in die Kommentare schreiben, ich bin blind Denn ich bin's ja, ich weiß es ja Blablabla 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 Ach, das geht erst hier los, Level 20, okay Na gut, dann kann ich den Rest ja so machen Allzu schön Inventory I Craftables Hier, ich brauche Hosen Clothing Shirt Fiber Ne, ich will ja das andere Das andere werde ich ja Sind die? Ah, hier Hideshirt Fiber 8 Craft Item Boah 25 Hides fehlen wir jetzt noch Oh, das macht gar keinen Sinn Na dann machen wir hier Pants Kann man hier wenigstens ein Shirt mal so anziehen Ah, das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Was ich dir sage? So, geht denn das nicht auf den Kopf? So Schwein Hm, nein Nein, das wollte ich auch nicht Nein Ist ja gut Gut beruhig dich Noch mal noch ein Hut Hier, Boots 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 Das Boots, I'm made for walking Hm, okay Hm, okay Die 3 Die 3 Die 3 geht ja schon mal nicht Also muss ich gleich gucken Was brauche ich denn für einen Speer Weil ich habe hier eigentlich alles, ne? Close Gloved Feier Feier Wir auch Feier Das ist Repairing Okay Ja, Arm Also Feier So Brauche ich euch nur Feier Erstmal, ne? Feier Feier Leider haben wir nicht mehr so viel Oh Schon wieder vergessen mein Hä? Nein Ach, was fange ich denn jetzt wieder an? Das ist das Blöde, wenn man Repair Item Repair Item Slingshot ist auch Repaired Das ist schön Was braucht der Kerl jetzt für die Für den Speer Mittlerweile weiß ich ja, ich brauche jede Menge Speers Hier Die Britney braucht Speers So, also Wut Wut Ich brauche die Wut Die Na, guck mal So Machen wir so Dann nehmen wir noch ein paar Fitness Nehmen wir vier Stück So Und ein Bogen Ah, Level Up Cool Kraft Item Kraft Item Auch nicht schlecht Flint 6 2 120 Also könnte ich sechs Pfeile mal bauen Auch nicht schlecht Wurden wir noch Flins Wurden wir noch Wurden wir noch Pfeile Wurden wir noch genug Wurden wir noch ein paar So So Und hier den Flint wieder rein Da können wir jetzt ein Metal noch dazu tun Und Was haben wir noch gehabt Irgendwas Stone Errors Speere Ist ein 4 Height Height Kann man weggeben Machen wir denn auf jeden Fall hier Health Aber ich bin Level 19 Da gibt es leider nicht wirklich besser, ne Was Water Reservoir Was macht das? Verbinde das Um Regen zu Sammeln Irrigation Or Manually Postwater For later use Will automatically You get nearby Crops If Attached To A Tap Eww Ach halt Da wollte ich nicht hin Da wollte ich auch nicht hin Függ Inventar Jetzt was kann man denn noch bauen Was kann man denn noch Was kann man denn hier noch Gibt es denn irgendeine Pipes Jede Menge Pipe Aber was die macht genau weiß ich jetzt auch nicht Treppe Ach hier gibt es auch eine Treppe Guck mal Hatchframes Feeding Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Stein 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 brauche ich aber noch ein bisschen Ne Ich brauche noch ein bisschen Stein 14 15 16 17 18 19 20 So dann kann ich nämlich mit der Slingshot Die ich jetzt natürlich hier rüber mache Ich muss jetzt sogar noch eine Axt zusammen schrubbeln oder wie Wo ist denn die Hatchett Wo ist denn die Hatchett Da Ein Flinten War ja klar War ja klar So Noch eine Hatchett So Slingshot habe ich Stormpick habe ich Schlafsack Braucht kein Mensch Bogen Habe ich Bogen 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 Dann halt mich Ach halt Moment Restore Items Hier Spear Spear Da Und Hm 4 Slingshot da So Gehen wir hier noch rüber für die Spalt Meat Oder gebe ich das lieber Lamplösch da draußen Gut Soweit zur Blutwurst Hallo Lamplöschi Ach du kannst ja wieder siehste Hat noch gelohnt zum warten hier So Melo Beeren noch ein bisschen Stim Beeren Dann was haben wir noch Fetch haben wir zu viel Hunter Skin Ach Drückste auch Hm Wait Wait macht Sinn Gut aber jetzt nehme ich hier einfach den hier hinten Okay Mach ich mal diese blöden zwei Dinger hier Kann ich nirgends hin tun ne Ich kann das halt auch nicht nehmen ne Ich kann das halt auch nicht nehmen ne Dann halt nicht So Jetzt haben wir lang genug hier rum geeimert Wie geht's mir? Essen trinken gut Guck mal wie es hier so aussieht Die scheiß Mücken Die scheiß Mücken Lämplösch alles gut Schelden 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 Wie geht's hier? Schelden Ah du brauchst noch ein bisschen ne Okay Mal gucken Gucken wir hier Das Spoiled Meat Raw Meat hast ja genug Spoiled Meat Dann machen wir hier noch so Eh Kriegst noch ein bisschen Spoiled Meat von mir Ach warte mal einen Moment Wir haben grad vier Narco Berries Oder sollen wir erst Narco Berries suchen Wäre ja eigentlich taktisch klüger ne Ach wisst du was ich suche jetzt ein bisschen Narco Berries Ah cool Jaja Wenn ich nämlich Narco Berries hab Kann ich mir diesen Trank Basteln Und Trank Gute Sache Also wie ich das so sehe Hier Der letzte Folge etwas her ist Äh Wachsen die Bischie hier schon nach Nur eben die Bäume nicht Boah Schaut mal da drüben Der Berg Ein Ein Wunder Bei dem bereise ich jetzt nochmal die nächsten 1 2 3 4 Folgen Aber da muss ich mir erst irgendein Tragetier Tragetier Äh Tamen Vielleicht so ein Rüsselosaurus oder irgendwie sowas Weiß nicht genau Ich meine das Spiel ist so geil Und auch selbst Letztes Mal wo ich getötet worden bin Vor diesen komischen Äh Mücken Muss ja sagen Hat schon was Also hat schon was gehabt Aber wer rechnet denn damit Also Fiber habe ich jetzt gleich schon wieder genug Also Narko Berries sind deutlich schwieriger zu finden wie Rest ne Amarberry Azulberry Es gibt hier irgendwie Sand am Strand Ach jetzt regnet es Guck mal Guck mal Guck mal Jetzt wird er aggressiv mit dem Fiverr. Ja, wie mich das angrätzt hier, das da hier Narcoberry Seed. Ja gut, wenn ich anpflanzen könnte. Aber sorry, das habe ich wirklich noch nicht begriffen. Oben leuchtet es grün. Hm. Okay. Sind dann keine Narcoberrys mehr gefunden. Ah, da wieder. Muss immer ab und zu drüber reden, als ob die hier irgendwie das Teamspeak abhören oder so. Büsse. Gut, noch ein bisschen runter. Da gibt es ja auch noch Büsche. So, meins, meins, meins. Krabbel, krabbel, krabbel. Ich bin hot. Ja, das weiß ich selber. Du Schweig. Ne, also. Gut, machen wir das ja hier eben mit den Narcoberrys. Wenn ich das habe, dann in der nächsten Folge holen wir uns jetzt endlich mal den zweiten Dealers. die Lauf. Die Lauf. die Lauf. Die Lauf. Die Lauf. Und dann nochmal 92 Euro에서는en Sue. Alter, jetzt gib mir doch mal. Ah, da haben wir wieder eine Narcobarry. Wie ist das denn passiert? Sorry Leute, also ich kann jetzt nicht wirklich viel für, wenn ich hier einfach nichts kriege. Narcobarry, Narcobarry. Muss man das dreimal sagen, wie Beetlejuice? Narcobarry, Narcobarry, Narcobarry. Nö. Narcobarry, ja. Hm. Zwei Narcobarrys, bist du dämlich. Boah. Da krieg ich ja kaum mehr genug. Fünf Narcobarry. Boah. So. Wie viele Narcobarrys haben wir jetzt? Vierundfünfzig. Ja gut, dann kann ich wenigstens ein bisschen von dem Zeug... Man muss hier auch schauen. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Mensch Helden. Hast du eigentlich noch Narcobarrys? Muss ich hier gerade mal gucken. E. Na, du hast noch vier. Bisse. Und hier das Fleisch. Kannst du auch mal rüber geben. So. Jetzt schau ich nämlich hier drüben noch, ob ich da noch ein bisschen Narcobarrys drin hab. Ja, siehst du mal. Nochmals weg. Gut, dann muss ich... Mercer. Zu dem guten Mercer. Access Inventory. Dann muss ich hier... Spolt Meat. Ne, halt. Wird sind. Drugs. Narcotic. Hä? Ja schon. Narcotic. Ich will das jetzt hier. Hier reintun. Hier hättet. Narcotic und... Nn... 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 Narcobarry. Wie geht das? Zwölf! Das ist doch mal ne Ansage. Zwölf ist doch mal ne Ansage. Boah, guck mal da unten, wie schnell das geht mit dem XP, hä? Krass. Krass... Oh, ja. Kompl holy... So, was haben wir noch? Neun Narco-Berries und Narcotic kann ich auch zu mir nehmen. Sehr schön. Das macht Laune. Ja, gut. Wollte ich aber sagen, meine lieben Freunde, dann danke ich euch schon wieder fürs Zusehen. Jetzt haben wir uns da ausgerüstet und beim nächsten Mal geht's hier endlich mal Nachwuchs für den Schelden holen. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Tschüss.